Ein Video wird im heutigen Stream noch gemacht. Ich brauche Vorrat, weißt du, wenn da ein FIFA draußen ist, brauche ich Vorrat. Ich brauche Atmung, bitteschön. Was machen wir denn jetzt hier im Wasser überhaupt? Tauchen für eine Quest. Ja, ich nicht. Ich gehe schon mal die Mondpirscher töten. Was sind das überhaupt? Mondpirscher. Sind das da... rumstehen und dem Wasser zusehen? Mondpirscher. Ah, das sind da die... Pumas. Dann hole ich die. Easy Life. Level 15. Riesenherausforderung. Ich muss näher ran. Riesige Herausforderung. Level 10. Wow. Wenn der jetzt irgendwas widerstanden wäre. Irgendwas widerstehen würde. Dann drehe ich durch. Es ist nur ein solcher so scheiß Mondpirscher. Meinen Dots widerstehen. Und ich drehe durch. Ich bin außer Reichweite. So, Malila muss gleich... Malia muss gleich off. Ich habe das Gefühl, die läuft... Die läuft aber mit uns mit. Aber die braucht die... Die hat die Quest irgendwie gar nicht. Keine Ahnung, also... Keine Ahnung, also... Sie braucht die Quest. Also, okay. Aber jetzt läuft sie zu mir. Oder? Wo sind die Pirscher? Wo sind die Kätzchen? Ich sehe nur Bären. Ich will keine Bären. Fick das Scheiße hier. Hallo? Sind denn die Kackpumas? Hä? Da hinten ist einer. Los. Leerwandler. Gib ihm. Fräse ihn auf. Aber lass mir die Zähne übrig. Ich habe immer noch keinen bekommen. Jo, ich habe den ersten Zahn. Geh, geh. Aber hier hat es irgendwie keine Mondpirscher. Das, was ich brauche, hat es hier nicht. Wie immer. Wie immer. Bin jetzt am Ball. Hier ist sogar die Dröhnenkiste, die es braucht. Null. So, Pumas. Wo seid ihr denn? Wieder so ein scheiß Drecksbär. Die geben mir nicht mal EP. Das ist das Problem. Ich habe jetzt seit zwei Stunden gar keine EP mehr gemacht. Oder fast keine. Da hinten ist schon ein Kackpätzchen. Ich habe jetzt den zweiten Zahn bekommen. Was ist das? Das ist ein Bär. Oh, wo sind die Katzen? Was ist denn das da vorne? Fanatiker des dunklen Strangs. What the fuck? Mit denen möchte ich jetzt kein Beef anzetteln. Doch irgendeine Sekte hier hinten. So, meine lieben Pumas. Es kommt. Es wäre schön, wenn ich diese restlichen vier Zähne in diesem Video noch bekommen würde. Es wäre angenehm. Leute, da liegt einer. Tot. Blödgelaufen, würde ich sagen. Blödgelaufen. Da hinten ist ein Puma. Greif ihn an! Los, Zagmon! Gib ihm! Kein Loot! Null! Das kann sie nicht bringen, sowas. Das kannst du echt nicht bringen, sowas. Ich will keinen Dolch für irgendeinen Scheiß. Ich will die Scheiß-Zähne von dem Ding. Komm schon! Komm schon! Ja! Geht doch! Drei von sechs. Ja, der nächste. Ich bin außer Reichweite. Ja, ja, ich bin außer Reichweite. Das macht nichts. Stimmt sowieso, dieses Kätzchen. Oh, Zahn. Vier von sechs. Jetzt läuft der Hase. Da hinten ist noch einer. Das ist zu weit entfernt. Oh, ich hab richtig Hunger, ne? Das ist richtig hart, ne? Heute nix mehr zu essen. Ja, jetzt sind richtig viele Mondpirscher. Siebeneinhalb Stunden am Stream. Holy shit. Ich muss näher ran. Das geht noch mindestens... Wahrscheinlich packe ich die zehn Stunden heute schon. Ja, ne, gut. Zwölf Stunden. Äh, zehn. Zweieinhalb Stunden. Ja, es wird genauso reinpassen ins... Zeitbudget. Aber ich werde nachher nach dem WoW den Stream ausmachen. und dann erst wieder neu starten, wenn ich, äh... ins FIFA reingehe, damit es eine neue Meldung raushaut an die Follower. Ich brauch nur noch einen Dreckszahn. Smack, was hat er denn für ein Level? Er weiß nicht, ob er sich die Quests noch geben soll. Wo ist er denn? Was hat er für ein Level? Level 17. Loch Modan. Ho, 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 Loch Modan. Ja, verständlich. Wenn er das nicht mehr will. Ich bin außer Reichweite. Bei Loch Modan ist's... Versteh ich's. Fühle ich voll und ganz mit ihm. So, gib mir den Zahn. Ach, ich will nicht deine scheiß, kleine, pätzige, pelzige Tatze. Ich will deinen scheiß Gebiss haben. Was ist denn so schwierig? Scheinbar schon. Ja! Ich hab die Quest fertig. Kann ich abgeben, den Lachs. Oder müsst ihr das auch noch... Ja, das müsst ihr auch noch machen, ne? Warum greift ihr denn die Bären an? Warum hier dagegen jeden? Jetzt sind wir wieder alle hier. Dann ist fair, wenn wir Plündernden als Gruppe machen. Achso. Du brauchst die Bären? Hast du denn für eine Quest offen? Ich muss näher ran. Warum greifst du dich eigentlich immer mit dem Bogen an? 20 tollwütige Klatschen. Ah! Ja, aber dann brauchst du ja den Lupen nicht. Da ist auch noch ein tollwütiger. Die Quest mit dem Mundpirschab, das ist sicher auch offen, oder? Zähne brauch ich auch. Ja, ja, eben. Ich hab jetzt halt fast alle Kätzchen hier getötet. Alle, die hier tot am Boden liegen, sind von mir. Ah, da ist sogar noch eins. Ich bin außer Reichweite. Nein, greif den dann. Wir sind uns dazwischen gekommen, der Schurke. Nachtelf-Schurke. Sieht so behindert aus, Nachtelf-Schurke. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ich bin außer Reichweite. Nachtelf-Schurke. Ich finde, Nachtelfen... ... 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 Der Rest ist scheiße Sieht kacke aus als Nachtelf Vielleicht noch Krieger Aber so Magier und so Passt für mich irgendwie überhaupt nicht zum Nachtelfen Oder Schurke Passt für mich nicht zum Nachtelfen Gut, zum Gnom passt irgendwie sowieso nichts Keine Klasse Beim Zwerg passt Das einzige was beim Zwerg passt Wäre Krieger und Paladin Beim Mensch passen alle magischen Sachen so Und Krieger Ja gut, beim Mensch passt irgendwie alles Was ist denn das da hinten Heilungszauberschutz Was haben wir noch für Völker Ein Classic, keine mehr Da hinten ist noch ein Bär Ich hab ein Bär gefunden Oder wo lauft ihr hin Was macht ihr Hinten Ich bin außer Reichweite Ich suche schon mal den nächsten Da hinten ist einer Da ist auch noch einer Da muss zack 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 Muss das gehen Also die anderen Quests da unten schaffen Das war wahrscheinlich nicht mehr heute Hochgeboren, Relikt und so Oh, Entschuldigung Jetzt hab ich gelootet Bärenfleisch Was will ich damit 15 Kupfer gibt das Wie viel Bären brauchst du noch? Ich bin außer Reichweite 7 Ich muss nicht heran Passt 4 Zähne Sag Sion, wie viele Zähne brauchst du noch? Auf welchem Level kann man als Mage St. Ryden und wo? Oh, also als Mage kannst du eigentlich immer grinden Ist auch nicht schwierig als Mage Als Mage hast du sowieso jedes Mal die Trumpfkarte Boah, Zinnvorkommen Das kann ich bei meinem Warrior brauchen Wie viel hab ich Saubersteppe? 125 Ja, den Schaff ich auch nicht mal auf 130 heute Wahrscheinlich Ich kann da unten die Quest noch abgeben Mach ich direkt schnell Sammelt 4 ergraute Skalbs von ergrauten Distelbären Südlich von Oberdehn Gibt einen 6-Platz-Behälter Wow Danke für nichts So, da hinten ist ein Bär Hab ich schon gesehen Ah, da ist auch noch eine Brauchst du glaube ich noch 2 Bären, oder? Oder 3 Jetzt dann wahrscheinlich noch 1 Diese Raya kommt die ganze Zeit online, offline Online, offline Online, offline Hm Goma hat sicher noch ein paar Sachen Ja Das passt So, wo haben wir denn noch ein paar Kätzchen? Da ist noch ein Bär Wie brauchst du noch Bären? Oder nicht mehr? Nicht mehr, oder? Müsste jetzt eigentlich locker fertig sein, die Bären 4 Stunden nur noch Ja Ah, nee, der ist tot Da ist einer Saxon, du hast ja die Quest auch offen Was brauchst du noch? Wie viel? Zähne Du hast, ah, du hast noch keinen Okay Dann haben wir noch was vor uns, ne? Hier hat's keine mehr Die sind so schwierig zum finden So unangenehm zum finden Das hat so wenige von denen irgendwie Da ist einer, ja Such schon mal weiter Jetzt weißt du, warum ich Hilfe wollte Ja gut, das sind halt Sammelquests, ne? Ob allein oder in der Gruppe Da brauchst du stundenlang Oh, ist alles tot hier Alles tot Später die Pelze sind noch weg Hier, ich auch einen Das ist echt unangenehm, da Ich glaube, ich habe in Obadin Noch eine Quest zum Abgeben Die wäre Mache ich dann so um 19.55 Gehe ich die abgeben So ungefähr Ich habe einen Pirscher gefunden Wo seid ihr denn? Ah, weit weg Ich muss näher ran Ich bin außer Reichweite Komm mal zu mir, schön ruhig Ich habe hier einen Pirscher Ah, ich loot den jetzt einfach Vielleicht bekomme ich auch einen Zahn Ne Oh, fuck Ein Distelbeer Meine Dots hauen den so kaputt Oh, ich hasse diese Sammelquests, ey Das ist mit Abstand das Schlimmste in Classic Die Sammelquests Ah, ich muss schon wieder pissen gehen Oh, fuck Das ist korrekt Ja, natürlich ist korrekt Ich habe es gesagt Alles, was ich sage Ist korrekt Aha Du hast das Naturgesetz schon wieder vergessen Schäfer hat immer recht Naturgesetz Hm Seid ihr denn überhaupt? Macht ihr hier? Turm von Alterlax entdeckt Ja, danke Da hinten seid ihr? Hat es hier von den Ah, da ist ein Pirscher Ne, das ist Xaxion Hast du hier auch eine Quest oder was? Oder musst du den Boss töten? Er ist widerstanden Er ist widerstanden Mein Feuerbrand Gib mir dein Mana, du Wichser Lol, Shinryu Lol Willst du den töten oder so? In dem hier brauche ich Pergamente Das ist ja auch eine Quest, die ich nicht habe Luli Die Quest habe ich nicht Na ja Guck mal, ein Gildenloser Gehen wir mal in den Turm rein Boah, die sind Level 29 Lol Fuck Hilfe Heilung Please Heilung Sanktion Das ist ein Level 29 Ah Ah Ja Das war nicht geplant Das war nicht geplant Ich habe nicht gesehen, dass die Level 29 sind Entschuldigung Ich dachte, die sind auch Low Level wie die anderen Darum habe ich einfach mal alles gepullt Erst nachher habe ich gemerkt, dass die Level 29 sind Naja Kann passieren Kann passieren Prost Wander Wander In 5 Minuten gehe ich. Dann habe ich genau 8 Stunden WoW gestreamt. 8 Stunden WoW gestreamt. Ich hatte in diesen 8 Stunden nur 2 Zigaretten. Das ist schlimm. Das ist ungewohnt für mich. So, komm, lauf. Habt ihr mich jetzt beide schon überholt? Was soll das? Nach 5 Minuten ist noch nicht 20, aber in 5 Minuten habe ich genau 8 Stunden WoW gestreamt. Gehe ich dann zurück nach Sturmwind. Genau nach 8 Stunden. Und dann bin ich weg. Heute. Beziehungsweise für heute bin ich nicht weg. Der Stream ist nur 5 Minuten offline. Bis ich über 20 installiert habe. Läuft meine S4? Die läuft. Dann gehe ich wieder online. Mit über 20. Let's go. Das ist mein letzter Seelensplitter. Ich kriege hier keine Seelensplitter, weil... Ich kriege keine Pö hier. Das ist ein 29er noch mal Pullen. Komm. Probier was noch mal. Oh, die geben sogar Wollstoff. Hallo. Das ist zu weit entfernt. Dann mache ich jetzt mal ein paar Leinstoffballen. So, noch einen Wollstoffballen. Wunderbar. So, hier noch was herstellen. Oh, das kann ich sogar entzaubern. Geil. Wo ist es denn? Hier. Jetzt muss alles weg. Ja. Gut. So. Da oben hat es doch... Ich bin außer Reichweite. Wie viele Pergamente brauchst du hier noch? Ich muss näher ran. Noch eins. Ja, ja, gut. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir. Oh, ich muss kacken gehen, ey. Ja, super. Jetzt habe ich noch mehr gepullt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, dann laufe ich jetzt nach Obadin. Gebe da die eine Quest noch ab. Und gehe mit dem Ruhestein zurück nach Sturmwind. Dann war es das für heute. Ich habe kein Ziel. Dann bin ich weg, hörte. Dann kannst du im Level ein bisschen aufholen. Gut, wenn du nach deinen zwei Monaten, in denen du weg bist, musst du dann eh mehr als genug noch aufholen. Ich denke mal, wenn der Exaktion Bock hat, dann gehen wir dann einfach zu zweit. Weiter in der Zeit. Dann gehe ich auch auf. Ja, nee, level doch weiter. Du willst ja ein Level aufholen. Dann kannst du noch ein, zwei Level machen heute. Dann ist es schon mal besser. Mach du ruhig weiter. Ich breche die Quests dann halt einfach ab, die du schon gemacht hast. Und ich noch nicht. Die Quests hier an der Dunkelküste sind mir sowieso egal. So, in 20 Sekunden hätte ich die 8 Stunden, aber ich will die Quests noch abgeben. Das habe ich jetzt gesagt. Die Quests gebe ich noch ab. Mit Ruhe-Exp levelt es sich aber besser. Ja, das schon, aber die hast du ja auch. Die Ruhe-Exp hast du auch, wenn du über Nacht weg bist. Dann hast du ein Viertel-Level wieder Doppel-EP. Okay. Quests du ruhig ein bisschen weiter. Auch wenn es alleine ist oder mit Xaxion zu zweit. Mach ruhig weiter, dann hast du ein bisschen aufgeholt. Das ist ja das, was du willst. Weil morgen ist ja Xaxion eh erst ab 16 Uhr da. Dann müssen wir eh dann wieder zu zweit weitermachen. Dann ist es auch gut, wenn du schon ein bisschen weiter bist. Müssen wir dann gucken, wie wir das morgen machen wollen, ne? Wenn Xaxion erst um 16 Uhr kommt. Das ist auch ein bisschen scheiße. Wie will man das denn machen? Im Eschental Quests anfangen können wir nicht ohne Xaxion. Das ist schon mal klar. Das ist schon mal klar. Was habe ich denn hier für einen Debuff, Mann? Chance von 20% ein Feindziel bei einem Treffer zu heilen. Lol. So, ich kann hier die Gilde-Informationen, die Gilde-Nachricht des Tages schon mal adden. Einfach weiter questen. Die geben mir am meisten XP. Ja. Aber das Problem ist, wenn wir ja morgen zu zweit anfangen. Und Xaxion ist noch nicht da. Können wir halt noch nicht ins Eschental gehen, ne? Weil er muss... Dann hat er halt nix, ne? Und im Eschental gibt's auch wieder EP für ihn und für mich. Bei den Quests, oder? Eschental... Also ich hab in Eschental kann ich da, äh... Level 29 und 21, 25er Quests annehmen. Da müssten wir sowieso auf ihn warten. Ja, DM... Ja, gibt nicht mehr viel. Was wir als Zeitüberbrückung auch machen könnten, wenn du Bock hast... Ich muss ja noch mal ins Verlies gehen. Dass du vielleicht halt da trotzdem noch einmal mit dem Heiler durchgehst und dann ist's gut. Ich muss ja den End-Boss noch mal killen. Falls wir in der Zeit nicht durchkommen, bis Xaxion da ist. Kommst du gar ins Discord! Haha! So, wo kann ich denn jetzt hier die Drecksquests abgeben? Da hinten. Haha! Nee, es ist Spaß. Ich meine, wenn du nicht mehr heilen willst im Verlies, dann zwinge ich dich auch nicht dazu. Also... So ist es dann auch nicht. Ich zwinge niemanden zu etwas, worauf er keinen Bock hat. Die Göttin segne euch. Boah, ich verpiss dich mit deiner blöden Göttin. Deine Göttin hasst mich. So. Gut! Dann gehe ich jetzt noch stummend. Gut, morgen kannst du sowieso am Anfang alleine questen, weil... Ich hab noch Quests in Dämmerwalder. Die eine Questreihe da. Diese Stalwan-Questreihe, ne? Muss ich noch machen. Dann kannst du eh ohne mich ein bisschen weitermachen. Müsst die Stalwan-Kacke da noch fertig machen. So, also. Ich fände jetzt zuerst mal das Video. Danke, dass ihr zugeguckt habt auf YouTube. Einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.